Herzlich Willkommen zum Bodycheck. Heute mit Tristan Gervais und Vasson Prapla. Legen wir gleich los. Welche Schläfgrösse hat Vasson? Ich würde sagen... ...ein achten Halb. Das habe ich richtig. Ein etwas grösseres, neun. Fuck, ich wollte neun sagen. Welches Ritual hat Tristan vor jedem Match? Das eine, wo wir so halb die Lichterung machen könnten. Wir gehen beide kalt und duschen vor dem Match. Das ist sicher das eine. Ja, stimmt. Was ist Vasson seine grösste Stärke auf dem Eis? Komplett verspielen, aber sicher technisch brillant. Einfach Spielmitschiffen. Ich glaube, wir können acht zaubern. Ja, das kann man hören. Ich habe gesagt, es geht in der Mühle. Es geht in der Mühle. Es gibt sicher einen Punkt. Was isst Tristan am liebsten am Morgen? So Teller von allem Möglichen. Meine Stauernabendung, so viele Risse. Ja, es ist schwierig. Wirklich alles. Brot, Birchemüsli, Saft, Wasser, alles. Zweimal so viel wie ich. Ja, stimmt. Brot, habe ich gesagt. Brot habe ich aufgezählt. Aber er hat echt. Stimmt. Was nervt Vasson am meisten während eines Matches? Uh. Ich sehe nicht viele Spiele. Es geht in der Richtung. Ja, es geht in der Richtung. Ich habe gesagt, wenn es nicht läuft, dann bin ich in der Richtung. Es geht in der Richtung. Welche Musik hört Tristan? Ähm, sicher kein Hip-Hop. Wie war das? Wie war das? Ich habe gesagt. Ich bin schon viel Ballermann. Ähm, Rock, ich weiss nicht. Nein, das nicht. Ja, mehr Hals. Ah, ja. Ja, nein. Mein Fehler. Absolut. Was macht Vasson am liebsten im Haushalt? Der Winnie im Haushalt? Der Winnie ist schon wie die Freundin. Nein, das stimmt. Nein, das ist schwierig zu sagen. Ich muss schnell auf seinen Platz denken. In der Garderobe ist eben schon immer ein Spot. Ja, das stimmt. Eben. Das stimmt. Ja. Ja. Nicht gerade der Rot. Ja, es mag schon zu Hause mehr als der Garderobe. Wo geht Tristan am liebsten in die Ferien? Ja, so ein bisschen... Südamerika. Ja. Und wo geniesst Vasson am liebsten seine Ferien? Der Winnie. In Zürich. Abgesehen davon. Es ist mir so allgemeiner beruflich. Allgemein zu mehr. Ja. Ja, zu mehr, ja. Welches Sternzeichen hat Tristan? Hey, ich bin so erledigt. Warte, vielleicht haben wir es. Mei. Mei ist es. Das ist richtig. Ist es dir? Ja. Punkt. Und damit Sieg für Vasson. Gratulieren.